WM Qualifikationsspiel. Wales gegen Tschechien. Beide Teams haben eine rote Karte bekommen. Die Tschechien in der 48. Die Wales in der 77. Sprich 11-11. Wurde zu 10-10. Okay, beide Teams zu 10. Wales macht den Führungshelfer. Beim 10 gegen 10. James 81. Minute Tor. Es war ein ausgeglichenes Spiel, finde ich. Und deswegen unentschieden wer Verdiener gewesen. Aber wer die Chance nutzt, der kriegt die Punkte. Und es war Wales. Damit Belgien 1, Tschechien 2, Wales 3, Weißrussland 4, Estland 5. Ist aber noch alles auf dem Belgien. Zieht ein bisschen voran, aber um Platz 2 ist ein Kampf. Glückwunsch an die Waliser.